Mahlzeit Leute, wir sind wieder hier bei Battlefield. Leider habe ich schon vier Briefe gefunden und die letzten noch nicht. Wir werden jetzt hier Briefe und die drei Weinflaschen holen. Wir starten ja hier, müsst ihr hier einfach wieder runter gehen. Bei den netten Kollegen hier liegt der erste Brief. Hier, bei dem. So, der zweite Brief ist auf, in der Nähe, sagen wir mal. Lustig wird sie natürlich wieder, wenn, naja. Wir haben ja unentdeckt durch den Wald rennen müssen. Hm. Der Kommandant will nicht, dass wir sie in der Löhre gefangen nehmen. Sollen wir anders regeln? Unser Landis! Unser Landis! Mon dieu! Unser Landis! Unser Landis! Unser Landis! Unser Landis! Oh. Unser Landis! 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 hier weil bei dem ersten wir liegen habt ihr hier die weinflasche und haben wir drei weinflaschen und hier steht noch nicht eine eine weinflasche so der zweite brief ist gleich hier ihr habt ihr hier abschnitt jules wo sie hier gerade die einem umgebracht haben habt ihr hier ich habe hier geradeaus weitergehen würde und hier kommt hier ein weg hoch gehen wir hier lang gehen hier hinten ich habe noch ein bisschen verbrennt und hier und hier auf den tisch ist der zweite brief so ja wir haben ein bisschen geschossen hier jetzt müssen wir uns kurz mal heilen einen punkt noch das ist ganz schön gemein gerade jetzt mit der verstärkung mit weiß nicht so schlau dass ich nicht auch leise sein essayer de communiquer maintenant schön haben wir ja so 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 alle weg hier und hier findet sich die zweite weinflasche zu gucken wo das war also bei dem hier somit haben wir jetzt zwei briefe und zwei weinflaschen und nehmen wir mit der dritte brief ist bisschen versteckt die versteckt und die position nehmen wir natürlich mit besser als die hier nehmen wir natürlich mal kurz mal die hier ne 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 das im gs dal ne 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 o Jut, jedenfalls Ähm, sind wir jetzt hier An dem MG vorbei Okay, den holen wir uns jetzt noch Schnell Mann, komm her Will ich gestört werden So Jetzt sind wir hier Bei den Ganzen So, dann müssen wir hier Bei dem Stein hier hoch Und hier liegt Ein Kamerad von uns Und hier liegt auch der dritte Brief Ja, der dritte 1, 2 3 Der dritte Ehm, jedenfalls liegt hier Der nächste Jo, und soweit haben wir das Hier Das müssen wir Dann müssen wir hier an der Abstartstelle vorbei Und hier hoch Nehmen wir hier durch Jetzt kommt eine kleine Videosequenz So Weinflasche In den letzten Brief Und der letzte Brief ist nämlich da oben Nicht alles gleich zerstören hier Ja, ich bin hier er war nicht sehr gut erstmal dahin wo die letzte letzten brief wo man das natürlich alles kaputt machen hier ich hätte dann keine zeit mehr die treffsicherheit ist heute natürlich wieder sehr gut und wir gehen jetzt hier hoch okay ein mama ist trotzdem kaputt hier oben mal eben schon morgen wo man oder nicht dann trifft man den halt nicht jeweils hier wo wir eben schon waren okay will er nicht keine ahnung hier habt ihr noch mal munition und alle sind hier oben findet ihr den nächsten letzten brief somit haben wir alle briefe und die weinflasche ist hier hinten an den somit haben wir alle briefe und alle weinflaschen somit ist das video auch zu ende das nächste video kommt natürlich dann halt mit versuchen mir leise durchzukommen danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video vielleicht